Überwinde alle Bindungen und Verhaftungen an den Körper Kommentar zum 414. Vers von Viveka Chudamani Shankara schreibt Der Weise hat keine Bindung mehr an den Körper, wenn er einmal die Verhaftung an den Körper aufgegeben hat, wie an eine Leiche. Wie ein Schatten ist er jedoch noch sichtbar, als eine Erscheinung aufgrund der Wirkungen des Karmas. Ein Weiser hat keine Verhaftung mehr an seinen Körper. Er weiß, ich bin nicht der Körper. So ähnlich wie Du ja auch keine Verhaftung hoffentlich hast für Deine Kleidung. Du bist nicht die Kleidung. Aber natürlich in bestimmten gesellschaftlichen Situationen brauchst Du eine bestimmte Kleidung. Du hast die Kleidung, aber Du bist nicht die Kleidung. Manche Menschen identifizieren sich mit ihrer Kleidung sehr stark. Und wer ein Kleidungsstück wird irgendwo, geht kaputt, vielleicht falsche Temperaturen der Wäsche oder man bleibt irgendwo hängen oder etwas anderes oder jemand klaut die Kleidung. Manche Menschen sind furchtbar entsetzt darüber. Aber Du bist nicht die Kleidung. Unabhängig, man sagt zwar, Kleider machen Leute. Was heißen soll, so äußerlich sind die Menschen. Auf Externalitäten achten sie. Aber Kleider machen keine Leute. Du bist das Unsterbliche Selbst. Du hast deinen Körper, du hast Kleidung. Aber Du bist nicht der Körper und Du bist nicht die Kleidung. Ein Weiser hat das erkannt. Er weiß, ich bin nicht der Körper. Weiterhin ist der Körper weiter da und der Atman wirkt über den Geist, auch durch diesen Körper. Aber der Weiser hat keine Verhaftung an diesen Körper. Er weiß, der Körper geht irgendwann zu Ende. Der Körper geht durch die verschiedenen Erfahrungen. Er geht durch Unfälle und Krankheiten und wieder Gesundheit und so weiter. Irgendwann altert er und irgendwann stirbt er. Aber ich bin nicht dieser Körper. Der Körper ist dem Karma unterworfen. Und solange noch Karma für den Körper da ist, ist irgendwo Bewusstsein auch noch lose mit diesem Körper verbunden. Der Weise kann aber auch sein Bewusstsein lösen und in der Meditation sich erfahren als das Bewusstsein hinter allem. Und der Weise kann immer wieder sich bewusst, manchmal auch das Bewusstsein hinter anderen Körpern. Solange aber noch Karma da ist, ist immer noch dieser Körper und diese Psyche da. Aber nicht mehr verhaftet.